Was ist denn da los damit? Es ist heute nebelig! Also ich glaube ein Zellenkartechnologie hat das Ding. 400.000 habe ich gar nicht erwähnt. Also warm gelaufen. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Ähm, James, ich habe dir doch gesagt, wir sollten die nächste Links fahren. Warum hörst du nicht auf dem Navi? Aber mit dem Fernglas schaue ich zu. Obwohl es zu lang ist, ich sehe das. Willkommen bei Kfz-Putzig, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr wisst, mein W124 muss noch gemacht werden. Also haben wir uns ja gedacht, wir hauen einfach ein neues Projekt raus. So ein Low-Budget-Projekt, ganz schnell. Wir ziehen das durch von A bis Z. Aber bevor wir damit anfangen, es gibt eine kleine Story, die will ich euch kurz erzählen. Und dann switche ich einmal rüber. Es war so, ich habe ja den W124, wollte ich auf 500er umbauen. Und dann habe ich ja Probleme mit dem Motor gehabt, weil der Motor hat ja einfach nicht gut gelaufen. Dann hat mich der liebe Vera Lange gerufen und hat gesagt, Junus, ich habe einen Motor hier, hol den doch einfach ab. Wie soll das gehen, habe ich gesagt. Er sagt, nein, Junus, ich habe den ganzen Wagen hier, der läuft, nimm den einfach mit. Und so entstand das Ganze. Schaut euch einfach das Video kurz an und danach zeige ich euch den Wagen. Viel Spaß. Das ist Vera Lange, grüß dich. Elvis hat auch ein geiles Auto, aber dazu kommen wir gleich noch. Hier haben wir einmal ein CL500. Ihr kennt die Autos. Und natürlich, wer wer das kennt, vier Auspuffrohre. Ist ja klar. Ja, CL500. Es ist doch kalt, ich habe schon seit ein paar Tagen bin ich nicht mehr gefahren. Kann man starten. Also Kaltstart wird uns reichen. Und das ist ein V12. Das ist ja ein V12. Krass. Aktuell 369 PS müsstet ihr jetzt haben. Der letzte Baujahr 85. Also ich habe dieses Fahrzeug jetzt 20 Jahre. Ursprünglich war das Auto Silbermetallic. habe ich das umlackieren lassen in schwarz in 300 SL Farbe. In die original schwarze Farbe. Und seitdem habe ich das Fahrzeug. Krass. Ich habe da auch noch ein Radio drin, also eine Kassette. Das ist alles noch richtig. So oldschool. Von der S-Klasse. 269.000 Kilometer. Jetzt guckt euch das mal an. Was ist denn hier? Jetzt bist du mir noch sympathischer. Voll oldschool. Ja. So hat er mal ein Feuerzeug hier drin. Aber weißt du was für einen geilen Sound der hat? Das ist das hier. Ja. Das ist doch geil. Was ist das für eine? 23er Coupé. Ehrlich Glückwunsch. Super Auto. Muss ich echt sagen. Hammer. Jetzt kommen wir zu unserem Auto hier. Worum wir hier sind. So Werner, willst du ganz kurz die Geschichte erzählen? Wie wir jetzt dazu gekommen sind? Weil viele interessiert das natürlich. Wie wir dazu gekommen sind. Das war mein Auto. Das war mein Auto. Das war mein Auto. hurts. Es ist das. Die habe ich damals gekauft, alles gemacht, Inspektion, Ölwechsel, alles, Rost habe ich behandeln lassen. Halbe Jahr bin ich damit gefahren und dann habe ich ein anderes Auto gefunden, was mir besser gefallen hat. Habe ich gesagt, okay, die verkaufe ich, weil mein Arbeitskollege, der wollte die unbedingt haben, das Auto. Habe ich gesagt, komm, nimm sie, kauf sie. Er ist jetzt drei Jahre circa, ist er damit gefahren, ist der TÜV abgelaufen. Jetzt hat er natürlich wieder andere Stellen angefangen zu rosten und er hat gesagt, er will die nicht mehr. Er will ein anderes Auto, dann habe ich das halt wieder zurückgekauft zum günstigen Preis. Habe ich gleich dich angerufen, habe ich gesagt, vielleicht hast du Interesse, komm vorbei, nimm mit, mach was du willst. Und das ist schon hammergeil, das hat er auch echt gemacht. Ich bin jetzt hier und nehme den Magen natürlich mit. Riesen Dankeschön, dass du an mich denkst und dass ich das einmal mitnehme, ist krass. Es waren schon Interessenten auch da, wie man hier sieht, gleich ein Tag später. Ja, wir machen mal Werbung für euch, ihr kriegt das nicht. Das Auto ist ein 5 Liter V8, 500er SL. Eine lange Vision. Wir sehen mal hier auch andere Fenster, dass die länger sind, weil die kurze Version geht ungefähr bis hierher. Und der hat komplette Vollausstattung, elektrische Sitze und Kühlfunktion hinten, Bose Soundsystem. Ja, ich habe sogar gesehen, der hat sogar Massagesitze. Ah, ja, okay, ich habe die nie benutzt damals. Also ich muss sagen, krass, geil. Muss halt sauber gemacht werden, ich weiß ja nicht, was du damit vorhast. Ja, werden wir sehen. Hier hat auch dieses Luftfahrwerk, das funktioniert auch. Es sind vier neue Stoßdämpfer drin, einer liegt sogar noch hinten drin. Da sind noch Ersatzteile, also die alten Blinker und hier haben wir noch ein Spiegelglas, die schon lagen neu. Hier sind noch ein paar Zündspulen, die Originale, jetzt sind alles neu gewechselt. Also Inspektion wurde immer gemacht, also Motorgetriebe läuft einwandfrei. Das ist das Wichtigste. Nur Rost hat er halt. Aber guckt doch mal, wie er läuft. Wenn wir jetzt ein 2-Euro-Stück hier tun würden, hiermit stehen bleiben. Das ist krass. Also ich sage, ein Motorgetriebe läuft, da ruckelt nichts oder so. Getriebe schlägt auch nicht. Boah, jetzt macht er, jetzt macht er das hier. Jetzt will er es wissen hier. Nein, ich kann mal testen. Er weiß, wenn er aber runterfällt, das ist meins, dann wissen wir Bescheid. Aber er legt es runter. Normalerweise macht man das so, er weiß. Also er ist zu schräg. Der ist zu schräg, leider. Er ist zu schräg, das geht. Machen wir mal so. Ja, warte runter. Er ist zu schräg, da müssen wir gerade nicht gehen, dann kriegst du das durch. Aber der ist schon. Da müssen wir gerade nicht gehen, dann kriegst du das durch. Ja, aber man merkt, der läuft richtig gut. Richtig gut. So, was machen wir aber mit diesem Projekt? Genau, ihr entscheidet, nicht ich. Aber es muss low, 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 low budget sein. Habe ich low budget erwähnt? Also, ich würde den auf jeden Fall TÜV fertig machen. Den Wagen auch nicht von unten angeschaut. Weil der W220, die haben so etwas Rost. Ganz wenig. Wie zum Beispiel hier, 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 und hier. Sorry. Hier. Überall Rost. Den könnte man auch nennen, Rosti 500 in Langvision. Ich werde da neue Felgen besorgen. Wir werden den etwas sportlicher machen. Eine low budget Lackierung, Vollierung, egal was. Weil, guck mal, was hier steht. Hier steht S600 L. Ja, zu L kommen wir noch. Das stimmt. Aber dieser 600 L stimmt nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Es ist ein 500er. V8. Es läuft. Ja, wir haben ein bisschen Geräusche. Hört ihr das? Umlenkrolle, Wasserpumpe. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber werden wir sehen. Darum Langvision. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich habe ja auch keine kleinen Schritte. Meinst du, kriegen wir einen Burnout mit dem? Was ist denn da los, Amel? Es ist heute nebelig so nebenbei, ne? Das Beste haben wir noch nicht, aber ist ja bald. Also ich muss sagen, der hat auf jeden Fall volle Power. Ich habe echt jetzt ein bisschen Gas gegeben, also nicht so, ne? Weil wir wollen ja den Grünstück hier nicht versauen. Schreibt doch bitte in die Kommentare, was wir damit machen sollen. Sollen wir den lackieren? Sollen wir den folieren? Sollen wir eine Baumarkt-Farme drauf machen? Lasst den doch versuchen zu retten, wie den Amel. Mit wenig Geld viel rauszuholen. So ganz billige Felgen kaufen und Rost wegmachen und TÜV fertig machen. Hier der vordere Sitz hier, Samet, weil ich habe hier Probleme gerade. Ich sage, ey Kollege, geh mal ein bisschen nach vorne hier. Und dann kannst du den nach vorne schieben. Und dann sagst du, weißt du was? Oder nach hinten nochmal. Und dann gehen wir nach hinten. Und dann haben wir nochmal Sitzheizung, Sitzbelüftung und so weiter. Guck doch mal, Samet. In welchem Auto kannst du schon so sitzen? Und das Problem ist, wenn du dem Fahrer was sagen willst, Samet, vorne, dann ist das so. Ähm, James, ich habe dir doch gesagt, wir sollten die nächste links fahren. Ähm, warum hörst du nicht auf dem Navi? Ja, ich kriege das auch noch ganz kurz mit hier. Aber mit dem Fernglas schaue ich zu. Ehrlich, ich fahre links und fahre nicht schneller als 50, Kollege. Obwohl es zu lang ist, ich sehe das. Bitte nicht zu schnell fahren. Und die nächste links. Dankeschön. Und nebenbei, ich habe Seilig. Anders kann man sich halt nicht verständigen bei diesem Auto. Guck dir diese Beinfreiheit an. Ich kann da drinnen schlafen. Mit ausgestreckten Beinen. Es ist ja nicht so, dass du keinen Platz vorne hast. Übrigens, bei dem Fahrzeug haben wir ein bisschen elektrische Probleme. Wir machen die Zündungen an. Auf einmal gehen Fenster runter. Lenkrad geht nach oben, nach unten. So, wie er haben will. Manchmal geht der Gang nicht rein. Er hat Geräusche. Tausend Sachen sind ausgeschlagen. Wir haben von unten nicht geschaut. Aber ich bin mir sicher, es wird sehr viel an Rost sein. Aber das wird ja spannend sein. Und hier muss ich einmal dem Werra noch mal grüßen. Und einmal noch mal danken. Weil der Werra hat ja einen CL500. Und bei diesem CL500 habe ich gesagt, weißt du was? Das ganze Facelift, Navi und so. Was ich habe in meinem CL, was ich ausgebaut habe. Werde ich dem Werra geben. Weil Werra kann viel mehr damit anfangen. Weil er hat mir so eine Geste gemacht. Wenn euch dieses Projekt echt zuschlägt und sagt, Ja, da abonniere ich den jetzt. Weil das Projekt ist geil. Ein Like raushauen. Und vergisst nicht eure Kommentare. Was machen wir damit? Ganz wichtig. Dankeschön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kfz. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.